hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen blog ich wollte euch kurz was mitteilen weil ich habe ja gestern schon so ein bisschen erzählt über ja dass man die haut gesicht haare gut 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 pflegen soll auch so nagelhaut füße also momentan ich habe das gefühl die sonne entzieht dem körper einfach nur die feuchtigkeit und wasser und überhaupt deswegen pflege der komplette körper ist wirklich das a und o und ich habe jetzt auch gerade eben einmal richtig schönes peeling gemacht gerade hier so im dekolleté heizbereich deswegen bin ich auch noch ein bisschen gerötet weil ich hier richtige unreinheiten bekommen hatte keine ahnung wer die plötzlich kommen aber ich versuche die jetzt wieder in den griff zu kriegen ansonsten ist meine haut eigentlich ganz okay in anführungszeichen ich hatte jetzt natürlich letzte woche die hochzeit und während der hochzeit auch meine periode und so weiter also da ist natürlich die haut so ein bisschen am ausrasten gewesen und jetzt klingt gerade alles wieder so ein bisschen ab der stress ist vorbei ich habe jetzt gerade auch meine nase und hier die wangen einmal ausgereinigt jetzt ist alles wieder schön weich meine augenbrauen habe ich auch gerade geschnitten ich habe euch letztens eine schere gezeigt die eignet sich perfekt dafür die sieht aus wie so ein kleiner vogel wie so ein storch damit kann ich das gerade perfekt schneiden und nach dem peeling habe ich jetzt einmal gerade von iapoda das double bubble den reinigungsschaum benutzt und meine haut ist einfach so baby popo war ich also anders kann ich nicht sagen die fühlt sich so unglaublich weich an und so richtig glatt überhaupt nicht mehr ölig fettig oder sowas weil heute hat die auch extrem geknallt und man ist automatisch irgendwie ölig und man schwitzt und so weiter deswegen ich liebe diesen reinigungsschaum momentan wirklich morgens und abends definitiv damit das ganze öl weggenommen wird das ganze fett talg und alles was sich halt so über den tag ablagert oder dann halt eben auch über die nacht genau und ich wollte gerade im badezimmer meine routine machen da ist mir eingefallen ich habe euch noch gar nicht berichtet vom summer sale und das muss ich euch sagen weil ich habe euch ich sage euch ja so ungefähr einmal im monat hier auf youtube bescheid wenn es irgendwelche neuheiten gibt oder irgendwelche aktionen oder 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 deswegen jetzt für alle die diapoda produkte lieben etwas nachbestellen wollen oder es mal testen möchten richtig genial bis zum 10 juli bekommt ihr auf alle produkte wirklich die komplette homepage 43 prozent das ist krass das ist definitiv krass also wie gesagt seid schnell wenn irgendwas sold out ist oder sowas dann dafür garantiere ich jetzt nicht aber 43 prozent das ist wirklich krass bei diesen hochwertigen produkten ich zeige sie euch seit so so vielen monaten ich benutze auch nur noch ausschließlich ja poda für die bestimmten sachen die ich jetzt zu zum beispiel meine tagescreme meine nachtcreme mein serum dann hier the mist half ich trinke ist praktisch also ich muss echt sagen es ist so krass schon das flächen ist schon wieder fast leer ich benutze es einfach sehr 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 häufig also mindestens mindestens morgens und abends aber eigentlich auch so zwischendurch mal wenn ich merke so ich war heute viel in der sonne meine haut ist sehr trocken dann wasche ich sie einmal schnell und dann sprühe ich mir das ins gesicht gibt mir noch eine tagescreme oder manchmal auch eine sonnencreme drauf je nachdem ob ich im haus bin oder ob ich eher draußen bin und dann weiß ich so okay ich merke dann richtig meine haut die trinkt dass das ist mein absoluter absoluter favorit wobei ich sagen muss auch mit dem serum also das ist für mich so eine kombi und mit der tagescreme echt unschlagbar ihr seht es auch hier so gut wie leer diese produkte sind die absolut meist aufgebrauchtesten produkte die ich jetzt hier im generellen beauty bereich habe also wirklich so eine große 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 liebe meine haut hat sich einfach komplett verändert durch jup oder also die ist mit den jahren schon besser geworden aber wirklich durch japo da ist noch mal eine ganz andere story weil man kriegt dadurch einfach so ein glow weil die haut so viel feuchtigkeit bekommt sich diese produkte ist der absolute wahnsinn dieses produkt hier spielt man sich einfach nur ins gesicht lässt es kurz einwirken bzw so trocknen was es riecht auch so so lecker die produkte sind aber relativ geruchsneutral bis hinzu dass sie eher so wie in so einem spa riechen also die riechen jetzt nicht speziell nach vanille melone kirsche oder sowas sondern eher so dieses ja nach so sauber und nach spa also sehr 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 hochwertig die ganzen produkte sind alle in glas egal ob es hier solche fläschchen sind oder tiegel egal was alles komplett aus glas komplett vegan tierversuchsfrei natürliche inhaltsstoffe also sehr 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 hochwertig und ich habe bis jetzt auch noch von niemanden egal aus meinem freunden bekanntes kreis von euch habe von noch keine einzige negative nachricht zu jup oder bekommen das ist für mich sowieso bis zum heutigen tag noch das totale phänomen weil letzten endes ist es ja so jeder hat unterschiedliche haut man wir haben alle unterschiedliche hauttypen und der eine reagiert darauf besser der andere darauf besser aber bei jup oder durch weg immer 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 positiv ich kann es auch nur so unterschreiben ganz 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 große liebe ihr seht das auch an meinen aufgebraucht videos ich zeige euch in jedem aufgebraucht video mindestens ein jup oder produkt weil einfach wirklich das aller allerbeste ich kann es euch nur empfehlen das geniale ist bei jup oder gibt es sogar eine 30 tage geld zurück garantie das heißt ihr kriegt die sache nach hause ihr testet sie und wenn ihr sie nicht feiert dann könnt ihr sie einfach wieder zurückgeben das ist so krass da merkt man einfach wie heftig ich habe oder auch hinter den produkten steht aber ich habe wie gesagt jetzt bis jetzt noch von niemanden gehört hey hat für mich nicht funktioniert musste ich zurückschicken von niemanden nicht von einer einzigen person das ist echt krass also das ist das grad im bereich von skincare gibt es ja eigentlich fast nie deswegen also ich kann es euch nur ans herz legen wenn ihr irgendwie probleme mit der haut habt wenn ihr feuchtigkeitsarme haut habt wenn ihr mischaut ölige haut fettige haut trockene haut völlig egal es ist ja wirklich für alle hauttypen gemacht weil hier steckt wirklich von allem etwas drin es ist einfach diese perfekte kombi ich kann es nur unterschreiben dass die einfach nur so gut der haut tut weil ich habe so eine mischaut also an vielen stellen habe ich so sehr ölige fettige haut dann habe ich wieder andere stellen wo meine haut total trocken ist und schuppig ist also so ein ewiges hin und her und vor allen dingen ich habe es im winter gemerkt aber auch jetzt im sommer meine haut braucht unglaublich viel feuchtigkeit also ich merke richtig schaut mal das serum ist jetzt schon eingezogen meine haut hat einfach nur diesen hier gemacht und es einfach nur aufgesaugt also ganz ganz große liebe hier steht übrigens auf den fläschchen immer genau drauf wann man das produkt verwenden sollte also zum beispiel eher morgens oder eher abends in dem fall kann man es morgens und abends verwenden dann steht hier auch der step drauf das ist ganz cool weil man kennt es ja wenn man so eine skincare reihe hat auch was benutze ich jetzt als erstes als zweites als drittes man ist irgendwie durcheinander und bei diesen produkten steht ganz genau drauf welcher step das hier wäre an position drei hier ist die position 4 dann in dem fall und was hier auch drauf steht ist der genaue schritt wie man das ganze anwenden soll was genau hier eben drin ist wofür das ist also hier zum beispiel ist extra glow anti aging hydrating ähm also man merkt es auch so so sehr also seit ich ja poda benutze kriege ich auch immer so viele nachrichten von euch amanda du hast so einen krassen glow was hast du benutzt irgendwie am anfang hieß es hast du ein highlighter benutzt oder irgendwie sowas aber nein es sind wirklich ausschließlich die ja poda produkte die mir so einen schönen glow geben ohne dass ich ölig fettig speckig wirke sondern einfach dieses gesunde strahlende glow das ist so 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 nice und die haut fühlt sich einfach wirklich richtig weich an so reichhaltig genährt aber das genialste ist wirklich wie die haut abgesehen vom look her dass man diesen glowy effekt hat dass man einfach so fresh und gesund aussieht allein dieser effekt dass die haut sich so unglaublich gut anfühlt also so weich aber nicht nur nach der anwendung sondern den kompletten tag über habe ich immer das gefühl so meine haut ist so richtig genährt und hat ja genug feuchtigkeit und so weiter also wirklich ich natürlich abends wenn die sonne sehr geknallt hat dann ist es natürlich auch so dass ich dann die ein oder andere fettige stelle habe oder mal trocken oder irgendwie sowas ja ist ja ganz logisch klar meine haut arbeitet ja aber sobald ich dann irgendwie meine gesichtsreinigung gemacht habe und die produkte benutzt habe oder gerade die gesichts die abend creme die gesichts abend creme die ist der absolute burner weil das ist eine das ist zwar eine abend creme eine nacht creme aber da ist auch so das ist wie so eine overnight mask also die ist wirklich krass danach hat man wirklich die haut ist einfach nur dankbar für den ganzen tag die sie in der sonne verbracht hat oder wie auch immer abends es gibt so richtig schön feuchtigkeits kick und so eine pflege deswegen ich werde auch immer wieder gefragt hey amanda was kannst du von der poda empfehlen was sind deine lieblingsprodukte klar das sind so meine lieblinge würde ich sagen ohne die geht gar nichts mehr auch mit der tages creme aber auch die nacht creme auch die die double bubble der reinigung schaum oder auch die maske die maske ist der shit wirklich da ist kurkuma drinnen da ist ganz 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 viel vitamin c drinnen wenn man irgendwie irgendwelche hautprobleme hat wenn die haut gerade zu trocken ist oder zu ölig zu fettig irgendwie ausbricht mit unreinheiten oder sowas dann ist das wirklich so eine wunderwaffe also deswegen ich kann euch gar nicht so hundertprozentig sagen das oder das oder das ich würde euch wirklich empfehlen euch auf die komplette linie zu fokussieren dass ihr wirklich die produkte von der einen marke benutzt und dann einfach nur zusehen könnt wie sich eure haut verändert wie sich eure haut verbessert was für einen schönen gesunden glow ihr bekommt ohne irgendwie make up oder sowas zu benutzen ich meine ihr seht es ist einfach so 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 das sieht so richtig ja genährt und gesund und reichhaltig aus also ihr lieben testet es sehr gerne aus mit den aktuellen prozenten 43 prozent das ist einfach der absolute knüller ich glaube besser geht es überhaupt gar nicht und einfach noch mal der rück oder der hintergedanke falls es euch nicht gefallen sollte kriegt ihr einfach euer geld zurück das ist echt echt heftig diese 30 tage geld zurück garantie das ist wirklich noch mal so die kirsche auf der sahnetorte deswegen testet es sehr sehr gerne aus ich werde euch in die infobox noch mal den link einsetzen amanda sommer ist der code und wie gesagt 43 prozent auf komplett alles also ihr lieben viel spaß beim shoppen und für euch geht es jetzt mit dem blog weiter einen wunderschönen guten morgen wir haben dienstag ich habe mich erst dann gar nicht mehr gemeldet wir haben gestern tatsächlich noch mal den tag genutzt und einfach nur gegammelt aber wirklich wir haben nichts gemacht erst einmal nicht irgendwann als nachmittags die kinder dann da waren vom kindergarten oder der sambo wach gewesen ist vom mittagsschlaf haben wir eigentlich auch nur ein bisschen draußen gespielt drin hier gemalt und so weiter und so fort aber es war alles ganz 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 gechillt heute ist der erste tag wo mein mann wieder arbeiten muss und wo ich mich auch ansätze ich habe mir vorgenommen heute zwei videos zu schneiden und zwei videos online zu stellen und mein zimmer hier ein bisschen zu ordnen schaut mal mein brautschler meinen schleier den habe ich aber schon irgendwann mal auszogen gehabt der ist schon im beutel drin aber meine hochzeitsschuhe und mein kleid liegen hier genauso wie ich sie am sonntag morgens als gekommen sind ausgezogen habe ich habe mich hier eingestellt und schwester hat es mir aufgemacht hat ausgezogen und bin es war es nicht mal berührt also auch hier habe ich noch ganz viel zeugs in der tasche wie ich so mitgenommen hatte make up hier sind die ganzen sachen noch ein bisschen deko zeug und so weiter ich habe vor das alles mal heute aufzuräumen und dann werde ich mal gucken dass ich mein kleid und auch dass den anzug von meinem mann in eine wäscherei halt eben bringe dass das professionell alles gereinigt wird genau das ist der plan auch auf dem tisch und so weiter sind meine extensions sind noch da die muss ich auf jeden fall einmal richtig durch waschen und so weiter mein schmuck liegt da noch rum und 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 also ja ich werde jetzt mich mal schnell anziehen einfach ich habe gestern eine hose angehabt hier von den lünen und ein t-shirt das hatte ich wirklich nur zum im kindergarten bringen als nach hause gekommen bin mir war immer noch so warm obwohl es eigentlich relativ kühl war durch mir so ein hemdchen hier so ein t-shirt kleid angezogen habe ich die sachen von gestern noch mal an und wenn ich dann zurück bin werde ich etwas frühstücken einmal schnell unter die dusche hüpfen und dann direkt mit dem video schneiden beginnen genau und das erste video am abspeichern hochladen ist dann werde ich hier mal ein bisschen klarschiff machen das ist der plan genau und dann ja werde ich mich später wieder erleben so wieder daheim wir haben mittlerweile 9 uhr wir haben 9 uhr und ist schon so viel passiert oh mein gott heute morgen wir waren hier fertig und wollten gerade gehen und ich habe die rucksäcke von den jungs immer hier oben auf der kücheninsel insel und nebendran ist ja unsere obstschale hier stehen die immer hier war die obstschale der sah muss nämlich irgendwie dran hängen geblieben keine ahnung hat die komplette schale mit runtergeschmissen ist alles voller scherben das ganze obst lag auf dem boden manche konnte ich retten aber manche auch nicht gerade so von den pfirsichen und so weiter sind da beziehungsweise hier auch von den nektarinen sind wirklich die komplett zermatscht gewesen also die jetzt hat ja einen richtigen schlag gegeben katastrophe aber gott sei dank die fliesen haben nichts abbekommen also da ist nichts kaputt gegangen weil das war ja schon echt eine schwere richtig dicke schale das war der erste schock dann wir laufen raus zum auto ich habe kofferraum aufgemacht und die rucksäcke von den jungs reingemacht und mache die hintere tür auf um den samu reinzusetzen und hebe ihn gerade hoch in dem moment merke ich irgendwas ist so an meinem kopf vorbei geflogen und ich bin voll erschrocken dachte mir was war das denn jetzt habe es aber dann gar nicht mehr so richtig gecheckt weil ich nichts gesehen habe habe den samu dann reingesetzt weil man ein vogel im auto so ein kleiner das einfach an mir vorbei geflogen ins auto rein also der hatte richtige orientierungsprobleme ich habe dann alle fenster also alle türen aufgemacht dann ist er wieder raus geflogen oh mein gott also wirklich sowas ist mir auch noch nie passiert ja einmal vogel den kopf gestreift und heute morgen scherben aber scherben bringen mir bekanntlich glück also alles gut war jetzt kurz beim diesel gewesen ich zeige euch kurz die paar sachen also eigentlich bin ich nur hin um mir ein brötchen zu holen weil ich nichts mehr da habe und auch ausschütze mich und schon habe ich geholt habe ich die letzten abgesagt und reingekommen da war noch genau drei schlüschen mein mann ist immer drei schlüschen und dann waren schon bauarbeiter hinter mir und haben noch gesagt es gibt keine schlüschen mehr also irgendwie ist der morgens echt viel lust denn ich habe hier einmal so diese viele sind das 6 12 12 packungen joghurt mal wieder mit haben sie ist der sagen immer ganz gerne dann auch diese pflege geflügelleberwurst einmal restaurante ist gerade im angebot für 1,70 oder sowas die diablo auch schon lange nicht mehr gegessen dann habe ich für mich hier so ein weltmeisterbrinchen mitgenommen und das habe ich dann aber erst im nachhinein gecheckt ich habe hier so dreimal kinderjoy und diese mini donuts mitgenommen für die jungs später der lias kriegt nämlich heute besuch wenn wir ihn später vom kindergarten abholen wir auch gleichzeitig einen seinen also ein freund von ihm ab genau weil die eltern heute lange in meetings und so weiter sind ich habe irgendwas hier im auge naja auf jeden fall wird da ein paar stunden bei uns sein und immer wenn freunde von ihm da sind gibt es mini donuts genau also habe ich das mitgenommen und an der kasse habe ich die gesehen und dachte mir auch nimmst du für jeden jungen einen mit und habe total verpeilt dass ich schon diese mini donuts hatte also je nachdem wie die später drauf sind ich will die das aber kind nicht über zuckern die mutter hat mich mal gucken sonst tue ich die ich tue die glaube ich jetzt sowieso in den kühlschrank rein und dann gibt es sie vielleicht so gott dann gibt es vielleicht ein anderes mag gott sei dann können die nicht kaputt gehen wie die überraschung sei ja diese kinderjoy sind ja anders aufgebaut dann später zum abendessen oder vielleicht morgen zum frühstück beziehungsweise zum in den kindergarten mit zu geben keine ahnung machen dann wollte ich eigentlich nur ein kurs haben aber es gab keine einzelnen kurs aus es gab die nur im dreier pack und die waren aber auch zahl zwei und den dritten gratis und geflügel motadella dann werde ich endlich mal mit dem block schneiden anfangen weil es heute morgen hier natürlich erstmal eine putzaktion mein mann hat zwar alles weg gemacht während wir jetzt dann im kindergarten aber ich habe gerade noch mal komplett einmal hier erdgeschoss gesaugt und ich werde dann auch auf jeden fall wischen bevor die kinder wieder kommen nicht dass irgendwo noch eine kleinigkeit oder sowas ist weil jetzt gestern hat es ja echt auch geregnet also das hat so gut getan gestern das wetter ich habe sogar zwischenzeitlich ist noch keine neuen tüten drin zwischenzeitlich haben wir sogar gefroren und mussten uns das langärmliches anziehen also völlig absurd wenn man an die letzten tage denkt wo es einfach so unnormal heiß war also gestern hat es richtig gut getan auch heute sollen es nur 22 grad werden also total der temperatur absturz wenn man bedenkt dass am samstag 38 grad gewesen sind und am sonntag waren es glaube ich noch 35 grad oder sowas und dann montag gestern waren es irgendwie nur so 18 19 grad oder sowas richtig krass also das tut gerade echt richtig gut für den körper und auch für die natur dass es gestern mal richtig geregnet hat aber das war es dann auch mit dem regen jetzt ist erstmal wieder kein regen angesagt so ich mache mir was zu essen und starte mit der arbeit endlich mal ich saß das eben gerade hier draußen auf der liege weil mir hier so kalt drin gewesen ist und habe ich nur meine beine in die sonne gehalten und währenddessen zwei videos geschnitten richtig genial das eine ich muss jetzt nur noch wenn ich wieder ich hole jetzt nämlich den samuel ab wenn ich zurück bin mache ich das thumbnail und dann kann ich das erste video schon online stellen dann muss ich kurz noch was drehen und dann werde ich heute mittag das zweite video online stellen also mega genial ich habe mir jetzt auch draußen gefühlt ich habe mir eine million wimpern rausgerissen rausgerissen jetzt nicht extrem aber so ein bisschen gerieben dass die sich ein bisschen gelöst haben weil mir war das jetzt für die hochzeit mit dem make up und alles drum und dran war es okay gewesen also so hat es mir auch gefallen aber jetzt so für den alltag fand ich das einfach zu viel und jetzt wie es jetzt ist so gefällt es mir dieser look gefällt mir sehr sehr gut das ist so eine volumen technik aber das hat mir gefühlt keine ahnung fünffach volumen gemacht also es war echt richtig richtig viel und so gefällt mir das jetzt richtig gut damit bin ich zufrieden so kann es jetzt erstmal bleiben genau so jetzt gehe ich aber erst mal den samuel abholen heute gibt es risotto mache ich mal schnell und der samuel liegt mittlerweile im bett schläft sogar schon der richtig richtig müde und ja wir lassen uns gleich schmecken ich habe jetzt gerade was gedreht und habe jetzt gerade mein zweites video fertig geschnitten und lädt jetzt gerade hoch wir haben kurz vor vier mein man holt jetzt gerade den lias vom kindergarten ab und sein freund der samu ist so langsam am aufwachen aber hat noch nicht so wirklich interesse also ich werde ihn gleich mal wecken müssen weil sonst ist es ja sonst schläft er zu lang und ich habe jetzt gerade mal geschaut weil ich bin jetzt gerade mit meinen ganzen e-mails durch und habe zwei videos geschnitten und jetzt mache ich mich mal an die baby party planung ran genau also heute ist er der 21 und ist dann wie lange habe ich noch zeit ich habe noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun gerade mal geschaut in 19 tagen ist die baby party schon genau deswegen ich muss mich jetzt ran halten ich werde jetzt einiges bestellen für die baby party was ich so an deko brauche alles mögliche genau und jetzt habe ich nämlich gerade noch mal geschaut wie viele wir eigentlich sind wir sind zu zehnt ich muss aber noch mal gerade gucken ob das wirklich stimmt aber ich glaube es ist richtig dass wir inklusive mir dann zehn mädels sind genau und ja weiter geht's ich sag ja ich bin ständig dabei irgendwie irgendwas zu planen zu organisieren und überhaupt aber da hatte ich jetzt vor der hochzeit halt ich gar keine zeit mehr gehabt aber so zwei drei wochen ist auch vollkommen in ordnung für die baby party für die planung aber dann sollte man auf jeden fall auch loslegen weil es gibt auch viele sachen die man halt eben aus dem ausland bestellen kann die dann halt eben eine längere lieferzeit haben die sachen die ich bis jetzt raus gesucht habe die sind alle über amazon prime in den nächsten zwei drei tagen da also alles in ordnung ja genau also weiter geht's mit dem nächsten event